Hallo, hier ist der Dirk. Heute für das Video bin ich extra zum höchsten Punkt Deutschlands gereist, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Aussagekraft zu geben. Denn heute soll es es um Bodhidharma gehen. Bodhidharma, der bei der Audienz mit dem chinesischen Kaiser nach dem Inbegriff der heiligen Lehre gefragt wurde, nach der buddhistischen Lehre. Daraufhin hat er gesagt, offene Weite, nichts von heilig.